Herzlich Willkommen hier am Rathaus, meinem Arbeitsplatz. Grenzenlos denkbar, das ist das, was wir immer machen, gell? Nach von der Fahrtnitz reibt's Donnerwetter. Mensch, was soll denn das? Das muss man ja alles selber machen. Das Konzert- und Kongresshaus ist ein Haus in wunderschöner Lage. Es wird vor allem ein Haus werden für alle, wo viele Veranstaltungen, wo man jetzt nur wegfahren muss, aus Konstanz stattfinden können. Ein dreidimensionaler Stuhl hat ja schon super. Nicht nur viel Harmonie, sondern auch Popveranstaltungen, Kulturveranstaltungen. Initiativen können dort rein. Die Lage ist wunderbar, direkt am See, an der Bucht. Und wir werten das Gelände auf. Grüß dich, zwei Karten bitte für das Stückchen da, Liebe macht nass für die Oberbürgermeisterin, gell? Ja, jawoll, yes! 안녕! Musik KNo. Musik KNo